Die Ausbildung für Soldaten der Spezialeinheit dauerte zwei Wochen. Gabriel Brahe begann mit dem Training von Jarrods Trupp, offiziell der achte Ausbildungstrupp, in dem er den Mitgliedern eine Frage stellte. Was unterscheidet euch von anderen Menschen? Hebt die Hand, wenn ihr die Antwort wisst. Der Trupp, der sich im lockeren Halbkreis vor Brahe aufgestellt hatte, schwieg. Schließlich hob Jarrod seine Hand. Wir sind intelligenter, stärker und schneller als andere Menschen, antwortete er. Als er sich an die Worte von Judy Curie erinnerte. Gut geraten, sagte Brahe, aber falsch. Dass wir stärker, schneller und intelligenter als andere Menschen sind, ist nur eine Konsequenz dessen, was uns von ihnen unterscheidet. Der eigentliche Unterschied ist, dass wir im Gegensatz zu allen anderen Menschen mit einem Zweck geschaffen wurden. Und dieser Zweck ist ein ganz einfacher. Wir sollen dafür sorgen, dass die Menschen in diesem Universum überleben. Die Mitglieder des Trupps blickten sich gegenseitig an. Sarah Pauling hob die Hand. Es gibt auch andere Menschen, die für das Überleben von Menschen arbeiten. Wir haben sie in der Phoenix-Station gesehen, bevor wir hierher kamen. Aber sie wurden nicht zu diesem Zweck geboren, sagte Brahe. Die Menschen, die ihr dort gesehen habt, die Naturgeborenen, kamen ohne Plan auf die Welt. Sie wurden geboren, weil die Biologie den Menschen diktiert, weitere Menschen zu zeugen. Aber es gibt keinen Plan, was danach mit ihnen geschehen soll. Naturgeborene verbringen Jahre ihres Lebens, ohne die leiseste Ahnung zu haben, was sie mit sich selbst anfangen sollen. Soweit ich gehört habe, werden sich manche niemals darüber im Klaren. Sie taumeln halbbesinnungslos durchs Leben und fallen am Ende ins Grab. Traurig und ineffizient. Nach einer kurzen Pause fuhr Brahe fort. Es mag sein, dass ihr in eurem Leben viele Dinge tun werdet. Aber es wird nie planlos geschehen. Ihr wurdet geboren, um die Menschheit zu schützen. Ihr seid dazu konstruiert worden. Alles, was euch ausmacht, bis hinunter zu jedem einzelnen Gen, ist auf diesen Zweck ausgerichtet. Das ist der Grund, warum ihr stärker, schneller und intelligenter als andere Menschen seid. Brahe nickte Jerry zu. Und deshalb werdet ihr als Erwachsene geboren, die bereit sind, schon nach kurzer Zeit in den Kampf zu ziehen. Die koloniale Verteidigungsarmee braucht drei Monate, um naturgeborene Soldaten auszubilden. Wir schaffen die gleiche Ausbildung und noch viel mehr. In zwei Wochen. Steve Seabor kop die Hand. Warum brauchen die Naturgeborenen so lange für die Ausbildung? Ich will es euch zeigen, sagte Brahe. Heute ist der erste Tag eures Trainings. Wisst ihr, wie ihr Haltung annehmen müsst? Wie ihr auf andere Drillkommandos reagieren sollt? Die Mitglieder des Trupps sahen Brahe verständnislos an. Gut. Hier kommen eure Anweisungen. Jarrett spürte, wie sein Gehirn mit neuen Informationen geflutet wurde. Die Wahrnehmung dieses unorganisierten Wissens belastete sein Bewusstsein. Doch dann leitete sein Brain-Pel die Informationen an die richtigen Stellen. Und der inzwischen vertraute Entpackungsvorgang legte neue, verzweigte Wissensbahnen an, die sich mit Dingen verbanden, die Jarrett, der mittlerweile einen ganzen Tag alt war, bereits wusste. Nun kannte Jarrett das vollständige Protokoll der militärischen Drillübungen. Aber damit kam auch eine überraschende Empfindung, die sich wie selbstverständlich in seinem Kopf ausbreitete und durch die integrierten Gedanken seines Ausbildungstrupps verstärkt wurde. Die lässige Anordnung der Gruppe vor Brahe, einige standen, andere saßen, wieder andere lehnten sich gegen die Baracke, fühlte sich plötzlich falsch an, respektlos, geradezu beschämend. Dreißig Sekunden später standen sie in vier ordentlichen Reihen zu je vier Personen und hatten Haltung angenommen. Brahe lächelte. Ihr habt es beim ersten Versuch hinbekommen. Augen links! Der Trupp wandte den Blick zur Seite. Augen geradeaus! Wieder führten alle Rekruten den Befehl gleichzeitig aus. Ausgezeichnet, sagte Brahe. Rühren! Nun entspannten sich die Mitglieder des Trupps. Wenn ich euch sagen würde, wie lange Naturgeborene brauchen, um dasselbe zu tun, was ihr gerade getan habt, würdet ihr es mir nicht glauben. Naturgeborene müssen gedrillt werden. Sie müssen wiederholen und alles und immer und immer wieder üben, bis sie es können, bis sie das gelernt haben, was ihr in ein oder zwei Lektionen gelernt und verinnerlicht habt. Warum trainieren die Naturgeborene nicht genauso wie wir, fragte Al Milliken. Weil sie es nicht können, sagte Brahe. Ihr Bewusstsein ist alt und in vielen Dingen festgelegt. Es fällt ihnen schon schwer genug zu lernen, wie man einen Brain-Pel benutzt. Wenn ich ihnen das Drillprotokoll schicken würde, wie ich es gerade bei euch gemacht habe, könnten ihre Gehirne diese Information überhaupt nicht verarbeiten. Und sie können sich nicht integrieren. Sie können ihr Wissen nicht automatisch untereinander austauschen, wie ihr es macht, wie es alle Soldaten der Spezialeinheit machen. Dazu wurden sie nicht konstruiert. Dazu sind sie nicht geboren. Wir sind überlegen. Aber sie sind naturgeborene Soldaten, sagte Steven Seaberg. Ja, die Spezialeinheit macht weniger als ein Prozent der gesamten KVA-Streitkräfte aus. Wenn wir so gut sind, warum gibt es dann so wenige von uns, fragte Seaberg. Weil die Naturgeborenen Angst vor uns haben. Was? Sie trauen uns nicht. Sie haben uns zu dem Zweck gezüchtet, die Menschheit zu verteidigen. Aber sie sind sich nicht sicher, ob wir wirklich noch menschlich sind. Sie haben uns als überlegene Soldaten konstruiert. Aber sie machen sich Sorgen, dass wir fehlerhaft sein könnten. Also sind wir für sie weniger als Menschen. Und sie geben uns die Aufträge, von denen sie befürchten, dass sie selbst dadurch weniger menschlich werden könnten. Sie erzeugen gerade so viele von uns, um diese Aufgaben zu erledigen. Aber nicht mehr. Sie trauen uns nicht. Weil sie sich selbst nicht trauen. Das ist ziemlich dumm, sagte Seaberg. Das ist absurd, fügte Sarah Pauling hinzu. Es ist beides, sagte Brahl. Rationale Entscheidungen sind nicht gerade die große Stärke der Menschen. Es ist sehr schwer zu verstehen, warum sie so denken, sagte Jared. Richtig, braser Jared an. Und du hast unabsichtlich den entscheidenden Schwachpunkt der Spezialeinheit angesprochen. Naturgeborenen fällt es sehr schwer, uns zu vertrauen. Aber uns fällt es sehr schwer, die Naturgeborenen zu verstehen. Und es wird nicht besser. Ich bin elf Jahre alt. Eine Welle der Überraschung ging durch den Trupp, weil sich keiner vorstellen konnte, so alt zu sein. Und ich kann euch sagen, dass ich die meiste Zeit immer noch nicht verstehe, was in den Naturgeborenen vor sich geht. Ihr Sinn für Humor, worüber wir bereits diskutiert haben, direkt, ist nur das offensichtlichste Beispiel. Das ist der Grund, warum unsere körperliche und geistige Konditionierung durch eine spezielle Ausbildung in Geschichte und Kultur der naturgeborenen Soldaten ergänzt wird. Damit ihr sie besser versteht und einen Eindruck bekommt, wie sie uns sehen. Warum verschwenden wir damit unsere Zeit? fragte Seaberg. Wenn die Naturgeborenen uns nicht vertrauen, warum sollen wir sie dann noch beschützen? Dazu wurden wir geboren, sagte Brahe. Ich wurde nicht gefragt, ob ich geboren werden will, warf Seaberg ein. Darin unterscheidest du dich nicht von den Naturgeborenen. Auch wir sind menschlich. Wenn wir für die Menschheit kämpfen, kämpfen wir auch für uns selbst. Niemand wurde gefragt, ob er geboren werden will. Aber wir wurden geboren. Und wir sind menschlich. Wir kämpfen nicht nur für uns, sondern für jeden anderen Menschen. Wenn wir die Menschheit nicht verteidigen, werden wir genauso wie alle anderen sterben. Dieses Universum ist gnadenlos. Seaberg sagte nichts mehr, aber alle empfingen seine Verärgerung. Ist das alles, was wir tun? Wollte Jared wissen. Wie meinst du das? fragte Brahe. Wir wurden zu diesem Zweck geboren. Aber können wir auch noch etwas anderes tun? Was würdest du vorschlagen? Ich weiß es nicht, sagte Jared. Aber ich bin auch erst einen Tag alt. Ich weiß noch nicht viel. Damit löste er Belustigung bei den anderen aus. Und Brahe reagierte mit einem Lächeln. Wir wurden dazu geboren, aber wir sind keine Sklaven, erklärte Brahe. Wir leisten unsere Dienstzeit ab. Zehn Jahre. Danach können wir entscheiden, uns zur Ruhe zu setzen. Wir können wie Naturgeborene zu Kolonisten werden. Man hat uns sogar eine eigene Kolonie zur Verfügung gestellt. Manche von uns gehen dorthin. Andere ziehen es vor, sich in den anderen Kolonien unter die Naturgeborenen zu mischen. Aber die meisten von uns bleiben bei der Spezialeinheit. So, wie ich es getan habe. Warum? fragte Jared. Weil ich dazu geboren wurde, sagte Brahe. Und das ist es, worin ich gut bin. Darin seid ihr alle gut. Oder werdet es schon bald sein. Also lasst uns jetzt anfangen.